Gustave Moreau Oedipus und die Sphinx Eine Kreatur versperrt den Weg nach Theben. Jedem, der vorbeikommt, stellt sie ein Rätsel. Wer es nicht beantworten kann, der wird gefressen. Nur wer es beantworten kann, darf passieren. Offenbar etwas, was dem Mann, von dem wir nur noch Ausschnitte erkennen können, nicht gelang. Womöglich war dieser sogar ein König, dessen Krone und rotes Samtkleid wir hier noch sehen können. Oedipus, hier als junger, schöner Mann zu sehen, jedoch traut sich und steigt zu dem Monster auf. Es ist die Sphinx, ein Wesen mit Frauenkopf und Oberkörper, einem Löwentorso, Adlerflügeln und einem Schlangenschwanz. Ein Mischwesen. Sie fragt ihn. Es ist am Morgen vierfüßig, am Mittag zweifüßig, am Abend dreifüßig. Von allen Geschöpfen wechselt es allein in der Zahl seiner Füße. Aber eben, wenn es die meisten Füße bewegt, sind Kraft und Schnelligkeit bei ihm am geringsten. Oedipus antwortet, es ist der Mensch. Er geht auf allen Vieren, wenn er ein Kleinkind ist. Als Erwachsener geht er auf zwei Beinen und im Alter benutzt er einen Stock zur Hilfe als drittes Bein. Augenblicklich stürzt sich die Sphinx in die Tiefe. Das Rätsel wurde gelöst. Zur Belohnung der Befreiung wird Oedipus König von Theben und Ehelicht Iokastem und damit unwissentlich seine eigene Mutter. Damit erfüllt sich eine vom Orakel von Delphi vor vielen Jahren ausgesprochene Prophezeiung. Hier ist die Szene zu sehen, in der die Sphinx Oedipus ihr Rätsel stellt. Sie drängt sich dafür an seinen Körper und nimmt intensiven Augenkontakt auf. Sie bedrängt ihn somit im buchstäblichen Sinne. Nur das Gewand, das er trägt, verhindert direkten Körperkontakt. Oedipus jedoch hat keine Furcht. Seine Lanze hat er selbstbewusst auf den Boden gestellt. Bereit sind Lorbeerblätter als Zeichen des Sieges an ihm zu sehen. Und auch der Schmetterling, der neben dem reich verzierten Kelch aufsteigt, verweist auf das ewige Leben und damit auf Oedipus' Sieg. In den Augen der Sphinx hingegen ist leichte Verzweiflung zu erkennen. Sie ist nicht nur zufällig mit verführerischem Charakter gezeigt. Ihre spitze Brust und das hübsche Gesicht in Kombination mit der forschen und aggressiven Haltung nehmen Elemente einer femme fatale auf. Die Pflaume auf ihrer Seite kann als verstecktes Symbol der weiblichen Sexualität gedeutet werden, da diese Frucht im Abendland wegen ihrer Prallheit und der seitlichen Spalte so aufgegriffen wurde. In einem Tagebuch beschreibt Moreau das Bildthema als eines des männlichen Sieges über ein weibliches Monster, welches hier mit attraktiven Attributen ausgestattet ist. Dieses Thema der Geschlechter kehrt in seinen Werken wieder. Auch die Sphinx thematisierte Moreau einige Male. Dieses Werk bezieht sich auf den bekannten Vorgänger seines Landesvettern Angre, der die Auseinandersetzung Oedipus mit dem Rätsel in einer Felsenhöhle zeigt. Dieses Werk war ebenso in Paris zu sehen, wie auch das hier gezeigte, welches 1864 im Salon in Paris ausgezeichnet wurde. Kein geringerer als Prinz Napoleon erwarb dann dieses Bild. Kein geringer den葉 im Geld in mineralen, Kein geringer ausp insisted sich in diesem Bild geringer als vários Menschen gibt, misst die Böckte passierte Gründe. Das steht erfors cho was und wann würde erごören. Vielen Dank.